Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Miss of Pandaria mit meinem Namen schiebender Buchstuhl. Jetzt müssen wir jetzt die Beide aufzusammeln. Das ist die Beide aufzusammeln. Diese Fehligkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fehligkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher herun. Diese Fehligkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Das läuft immer noch auf. Ich kann das noch nicht tun. Ich nehme es auch noch. Ich nehme es an. Ich nehme es an. Soll ich die neue Wege in diesem Vf. Ich nehme es noch nicht. Ich habe die Karte schon wieder runtergestellt, aber wenn wir mit Aufnahmengrafen haben wir die Karte ausgesucht, habe ich sie dann eine Karte höher gestimmt. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann diesen Zauber noch nicht wissen. Diese Wähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich bin noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. 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 Ich kann das noch nicht tun.uates. Ich kann das alles tun. Tja! So. Wir haben alles raus, was rauskommt. Das ist auch das Gefühl. Das brauchen wir noch. Man muss ja auch ein paar Witze machen, ne? Ab und zu, ne? Das müssen wir noch haben. Ja, das war's. Ja, das war's. Wenn man auf einmal kam, egal ob es jetzt 7 oder 6 oder 8 Mann zu lassen wäre, hofft das die Bestätige gemacht, ne? Wenn man auf einmal kam, das passiert schon mal. Das macht ihr jetzt das war das mal überraschender mehr, wenn man von diesen kleinen abschließenden Konschlöfen, die nicht altkommt. auszifft auszifft von Na klar, sterben wir. Zumindest sterben wir ihn. Mit dem Film von diesen kleinen Sinonen. Sorry. Sorry. The other end. Der ist auf den Film. Wir haben die die Laufheben. Das war die Laufheben. Und das wurde der Film. Die Laufheben. Oh, wir haben die Laufheben. Das war's. Okay. Noch nicht bereit. Ja, oh, mein Gott. Haha, wirklich. Ich mach' dich nicht besser als nach. Blum, 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 blum. So. Mach' mal soes. Das macht mich nur, okay. Dann noch mal, um eine, 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 um, eine, um eine, um. Ja, okay. Schreibt die Wand an, was würde ich gerne sagen. Das ist zu weit entfernt, aus dem außer Reichweite. Das bläht immer noch aus. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Diese Phase ist noch nicht bereit. Das nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann diesen Zauber noch nicht liefern. Das bläht immer noch aus. Dann geht es gleich noch schnell. Das bläht immer wieder. Das bläht immer wieder. Wir wollen, dass mehr wird. Ich hoffe, wir müssen gleich nochmal ein Dokument dafür. Wir drei dran, ey. Das muss ich mal nicht sagen, ne? Nein, das war's. Ich muss das mal rausgehen. Ihr wagt es, dieser Wasser zu stören. Ihr werdet ertrinken. Der Mann treibt noch 30 da. Auf den Bärenpilz. Das war ein Bärenschmerz. Wäre ein Schmerz, Schmerz. Ach, das ist ein Bärenpilz. Schmerz euch vom Tod spüren. 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 Oh, das wird weg. Ich meine, das ist noch nicht so. In der Zeit geht es weiter. Ich bemerke mich noch mal weiter. Ich bin ein Bärenpilz. Ja, ich bin ein Bärenpilz. Ich bin ein Bärenpilz. Ja, ich bin ein Bärenpilz. Und dann haben wir das noch mal ein paar Mal wieder zurückgegeben. Ich dachte, dass wir das noch nicht einmal wieder vornehmen. Aber es kann nicht nur noch nicht mehr machen, oder? Nein, das ist der Fall nicht. Nichts, das ist nicht möglich. Das ist der Fall nicht. Das ist der Fall nicht. Das ist der Fall nicht. Nein, du kannst ihn noch nicht anfangen. Wehe, wehe, wehe! Die Macht des reißenden Wassers! Kann man ja auch fast, bitte. Oh, oh! Doch, doch! Ich habe jetzt mal unser Leitziger aufgedreht. Gucken wir mal, der hat sich da aufgedreht. Er hat... Oh... Wirklich was, wenn ich mir das nicht wünsche. Ne? Ja, ich werde es abwarten. Meine ehrwürdige Bibliothek ist vom Schaar besetzen. Oh? Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Oh, was kann man denn noch mal bekommen? Ja, ich kann schon mal noch... So, ich bin jetzt aufgeworfen. Ich weiß gar nicht. Hier. Ja, luft mir aus... Oh, ich bin lyft man. Oh ... Boah, ich bin so Hade, ich bin so nett. Haja, du musst die Quelle insertion sein. Schnell, bevor unsere Interview Ich bin für immer aufgelöscht. Ich bin für den, aber ich habe es den Weg bekommen. Ah, das ist noch nicht vorbei. Wenn ich das richtig sehe, stehen wir der Probe des Yaungol über. Lasst mich erklären. Es heißt, dass der Yaungol bei seiner Reise über die Kunlai Ebene plötzlich von zwei seltsamen Kreaturen überfallen wurde. Es ist noch nicht vorbei. Es ist immer so, dass sich Zutracht und Streit von Konflikten nähren. Wenn ihr Frieden in der Welt habt, könnt ihr euch doch nicht einlisten. Vielen Dank Helden, ihr habt diese Leidenschaften in Frieden zurückgelegt. Und jetzt geht's. Ich muss meditieren, bevor ich das in Standzeit durch Ritual einleite. Ich habe zu wenig Energie, sonst kommt uns auf die Leidenschaften. Ich bin zu weit entfernt, ich kann das noch nicht durchführen. Das geht immer noch darum. Ich glaube, das darf nicht enden. Die Jade Schlange muss geboren werden. Der Schleier hat sich von meinen Augen geblühten, vergeht es mir, dass ich euch freu mich an. Der Schleier hat sich von meinen Augen geblüht. 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 Er hat sich von meinen Augen geblüht. Er hat sich von meinen Augen geblüht. Ja, das ist immer so gut, komm, komm. Ja, das ist immer so gut. Ja, das ist immer so gut. Das ist immer so gut. Ich habe es immer so gut. Vielen Dank. 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 Nein. Ja. 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 So, ich werde die gerade wieder zurückziehen, da kann ich noch ganz viele ganz viele ganz viele ganz viele die 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 Das ist zu weit entfernt. 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 Das ist zu weit entfernt.